Okay, ähm, dann wollen wir doch mal gucken, wie das jetzt funktioniert hier. Ich hoffe, es geht jetzt schneller. Ich lasse mich, die Fetische dazu holen. Ja, dann geht's. Hallo. Okay, jetzt geht's wieder schneller. Schön. Aua. Also irgendwie ist die Frösche auch nicht so das Wahre. Ähm. Au. Spring doch nicht auf meinen Kopf rauf Okay Mein Plan geht auf mit den Fetischen Wie mir scheint Nein Schön Wirklich schön Was tut was Mach den platt Nein Ah Daneben Das habe ich offenbar zu laut gesagt Au 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 Ich bin da irgendwas rum? Nein. Mein Gott. Ich muss unbedingt stärker werden. Geile! Au, au! Wow. Wow. Au bitte warum nicht gleich so ich muss hier noch mal in die kröten reingucken gab es da nicht welche die was ist denn mit dem krötenregen dann kann ich doch wenigstens viel zentraler treffen wo ich hintreffen meine kraft viel besser viel besser ja viel besser so durch die durch die fetische habe ich meine ruhe das ist doch mal was ich mache ja auch platt das geht mir nicht auf den sack wo bin ich denn jetzt schön hier warum ruckelt das hallo was ist hier los na geht doch ich hasse es wenn es ruckelt wo kommst du denn her ich ergebe mich nicht oh hier ja geht doch ich weiß gerade nur nicht warum es ruckelt zurück lauf ich nicht ich habe mich nicht vor dem ich habe mich nicht aber ich habe mich nicht schnappen was importa Das ist doch scheiße. Das kann ich nicht tun. Hier kommt euer... Ja, klar. Das nächste angelockt. Kommt mal mit. So ist gut. Nein, 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 nein. So ist nicht gut. Ey, ey. Was soll denn das? Verdammt, normal. Da. Kämpfe mit meinen Fetischen. Haben wir es jetzt mal da hinten, oder was? Mein Gott. Aber richtig. So. Nein. Haha. Daneben geschossen. Oh. Hier kommt euer Toast. Noch nichts bereit. Ah. Der Portalwächter ist hier. Aha. Oh. Der Fleischschlitzer. Das ist ja schön. Gerade der hat mir jetzt noch... noch gefehlt. Aha. Oh, ein Ring. Au. So, jetzt reicht's mir hier. Attacke. Au. Tschüss. Ich möchte hier für ein Ring gefunden. Sagt mir jetzt gerade so nix. Aber, äh, wird ersetzt. Das wird auch ersetzt. Hier habe ich ein Mojo mit Sockel. Ja. Was ist denn bei dem anders? Mehr Schaden. Weniger Intelligenz. Aber ein Sockel. Jetzt muss ich erst mal meinen Kumpel antworten.